Mangels Alternativen machen wir uns wieder einmal auf den Weg. Sollen wir diese Maschine in Betrieb nehmen? Uns kommt das Ganze vertraut vor. Mit dem Wissen unserer bisherigen Reise und dem Anzug gewappnet, treten wir auch diese Aufgabe an. Sollen wir die Reaktoren, wie ich vorher gemacht habe. Robert, ich... Ich weiß nicht, wo du bist. Und ich weiß nicht, wie lange ich bin. Ich weiß nicht, was passiert mit dir, oder ob du das verstehst. Aber... Ich möchte nur sagen, dass ich dich sehr lieb. Da ist so viel, was ich gesagt habe, bevor ich zuerst. Und da ist so viel, was wir brauchen. Und da ist so viel, was wir brauchen. Und da ist so viel zuerst. Wir stoßen auf eine weitere Statue. Doch nicht in einem dunklen Raum. Und sie ist in grün gekleidet. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich sah ihn. Er war da. Nur normal, nicht... 10 Minuten vor. Jetzt? Gut, schau. Was könnte das tun? Ein wenig verwirrt und unruhig setzen wir unsere Reise fort und aktivieren ein Gerät nach dem anderen. Wir spüren Informationen, wie du in einem Gehirn. Die Wahrheit ist in dieser Informationen. Expelle, als wir sterben. Welche Wahrheit? Was bist du? Aktiviert jedes Raum und ich werde eine Erinnerung mit dir sharen. Und das wird du verstehen. Ich bin zu wissen, was du getan hast. Wir sind die Erinnerung. Wir begannen lernen, wie du, mehrere Jahrhundert. Unsere Planeten, unsere Zellen, unser System, unser Universel. Wir haben nicht öffnet uns. Wir wurden von Knowledge verletzt. Alles ist verbunden. Jedes Raum, jedes Ruhm ist ein Teil von uns. Wir strukturieren jeden und machen diese Informationen. Ich glaube, ich verstehe. Die Struktur dieser Ruhm. Sie bezeichnen die Form der Erinnerung. Diese Ruhm sind ein Sprung, ein Kode für Informationen. Das erklärt, wie wir den Lüft. Hä? Immer wieder erfahren wir etwas über die fremde Stimme und erkennen, wie sehr sie sich von uns Menschen unterscheidet. Wir wurden verbunden. Wir wurden verbunden. Wir wurden verbunden. Wir wurden verbunden. Wir verletzen. Wir wir wurden zusammen. Liebe und glückliches in der Infine der Univation der Unterlagen. Ein weiterer zu gehen. We became one. There is no deceit. There is no war. We sought to share. To help other worlds. Enlightenment. You... You were once like us. We were. Return to the way you forewoke. There is more that you must know. It is the way in which you shall return. It requires more energy. You have shown traps and in return so will we. Go forth, rebuild and learn. Yes. 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 You grew from our knowledge. We love them now. You became what you are because of us. We created who you are. False ... learners. Das ist alles, was wir sind. Du sagst, dass du das erschaffen hast? Nicht erschaffen. Enabled. Ist das warum du zurückgekehrt hast? Wir haben nicht. Wir kommen, um mehr zu entdecken, um weiter zu entdecken. Dann warum das? Warum sagst du mir nicht? Das ist der Weg, den du erwähnt hast. Mittlerweile sollten beide Hälften der Apparatur am Baum mit Energie versorgt sein. Wenn die Stimme die Wahrheit sagt, bringt sie uns vielleicht wirklich zurück. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, denn viel mehr ist uns nicht geblieben. Wenn uns doch nur immer mit Rat und Tat zur Seite stehen könnte. Sie würde vielleicht wissen, was wir tun sollen. Wir fühlen uns noch einsamer als zuvor. Ich... ich bin hier vorher. Das ist woher wir sind. Wir sind auf der Erde. 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 Wir sind in diese Weise. A gift that shall allow us to leave your home and restore humanity as it was. You shall understand. Our body and mind left our own. In search of our children, we wandered for a million years, learning more of the universe, learning more of being. Our knowledge and our wisdom, it is not enough to put the natural order. Our planet was dying. We were dying. We were hurt by you, broken down and broken apart. This is why we are here. This is your design. You mimic what you touch, don't you? To gather knowledge, to survive. But you won't mimic life. That's why you're dying. We protect the natural order. We know that you are always child, Amelia. We know your denial and your search for truth. You have a future. A future to right the wrongs of humanity. How? How could you know that? Not even Robert knew. What do you want me to do? Take this gift to our core, our mind. We energize us. We energize us and we shall impart our knowledge to you. Then we shall leave. Systems override. Manipulation software upgrade detected. Infinity cubes now enabled. Unlimited module colors can now be placed. Systems override. Manipulation software upgrade detected. Infinity cubes now enabled. Unlimited module colors can now be placed. Das Geschenk der Stimme erlaubt es uns nun, mit Hilfe des Anzuges beliebig viele Flächen auf einmal zu beeinflussen. Damit sollte es uns umso leichter fallen, weiterzukommen. Doch die Realität holt uns schon bald wieder ein. So wie die Taten der Menschheit, die uns überhaupt erst in diese Lage brachten. Die Stimmen der Statuen scheinen langsam einen Sinn zu ergeben. Vielleicht erzählen sie die Teile einer zusammenhängenden Geschichte. Doch wollen wir das Ende wirklich erfahren? Von Einsamkeit umgeben, setzen wir schweigend unseren Weg fort. Emma? Emma? Are you there? Millie? Oh God, I thought something terrible had happened. I've been trying to contact you. Something terrible would be easier to explain, that's for sure. I heard you screaming and then, well, there was an energy surge across the whole area. Like these structures had come alive. It did. What? This structure, all these structures. They are a living entity, a being. No, that's... Oh God. When we broke it apart, it's parts. They've seeded the planet. I know what we need to do. I'll call back soon. Wait! Endlich können wir Emma erreichen. Und endlich sind wir nicht mehr allein. Langsam verstehen wir, warum es hier ist. Vielleicht weiß Emma wirklich, was wir tun können, um den Untergang der Welt zu verhindern. I don't think it intended to do this to us. I don't think it intended to do this to us. Look at what this... this thing has done to our planet. Our home. Wait, that's not fair. I listened to it. I've tried to understand it. Yes, well, I have understood it. And I found a way to stop it. Emma scheint auf einmal sehr fein zu sein. Ihre kühle Art ist verschwunden und wir erkennen, die verletzt sie ist. Auch sie scheint Angst zu haben. Auch sie scheint traumatisiert. Auch sie ist nur ein Mensch. Doch was genau hat sie vor? Will sie das Objekt aufhalten? Haben wir überhaupt eine Chance? Ich bin zurück. Ich bin zurück hier. Ich habe den Monolith, Millie. All its energy is being diverted to a chamber that is supporting its mind as it's dying. Use the machine that you powered to descend and find that room. When you are there, I think I can remotely overload your suit's manipulation functions to sever its life source. We can stop this together. Wait! I'm not sure about this. What will that do to me, Emma? Honestly, I don't know. But I do know, it's our best chance to save Earth. Please, Millie. I... I need some space to think. Just give me that, please. Uns ist nun unweigerlich klar geworden, dass Emma alles tun wird, was nötig ist, um die Welt zu retten. Jetzt, da sie einen Weg gefunden hat, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben, will sie das auch unter allen Umständen tun. Ungeachtet der Gefahr für uns. Für einen kurzen Moment verlassen uns unsere Kräfte und wir starren antriebslos zum Mond. Unserem Mond. Dem Begleiter unserer Erde. Was sollen wir tun? Wir reißen uns zusammen. Hier zu bleiben und Wurzeln zu schlagen, können wir uns in keinem Fall erlauben. Wir müssen weiter. Immer weiter. Niemand steht uns zur Seite. Niemand redet mit uns. Und niemand kann uns die Last abnehmen. Noch vor kurzem waren wir glücklich. Und mit einem Mal sind wir an einem fremden Ort und sollen die Welt retten. Einsam und allein. Da gibt es aus gutem Wurzeln. Nichts. Ichseg. 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 Das ist ein うm. Ichseg. 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 Das ist, der Herr. Wir haben ihn. Die Stimmen lassen uns wieder einmal unruhig zurück. Und die Stille, die uns gleich darauf wieder umfängt, ist noch erdrückter als zuvor. Das ist unser Herz, unser Soul. Nach einigen letzten Hürden sind wir scheinbar dem Ziel nahe. Dem Ziel der Stimme, aber auch dem Ziel von Emma, der Stimme der Menschheit. Musik 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 Hier, follow the blue energy to our mind, imbue the infinity gift to us and in return, we shall give you our knowledge and help you restore humanity and your life. Millie, that red cable, it leads to the room that is powering its mind. Follow it and I will start overloading your suits manipulation energy. We can kill this thing. We can save everyone. Mit der schweren Entscheidung allein gelassen, stehen wir im wahrsten Sinne des Wortes vor einem Scheideweg. Die Stimme verspricht uns Hilfe. Doch Emma hat recht. Auch die Menschen haben gelitten. Sie wussten nicht, was sie taten und sollen doch dafür büßen. Nein, die Gefahr ist viel zu groß. Das Wesen ist viel zu mächtig. Auch wenn es jetzt vielleicht auf unserer Seite steht, so gibt es keine Gewähr, dass es auch so bleibt. Was, wenn das alles eine Falle ist? Die Energie, die Gaben, all das waren für das Ding unerreichbar. Wir haben den Weg geebnet. Und jetzt sollen wir einer fremden Übermacht diese Dinge geben? Nein, es wird einen Grund haben, warum die Stimme davon getrennt wurde. Es kann kein Zufall sein. Wir werden diese eine Chance ergreifen, die uns geblieben ist. Der letzte Strohhalm der Menschheit. Als wir unseren Weg fortsetzen, stutzen wir. Beide Wege scheinen zum gleichen Ziel zu führen. Unser Magen krampft und wir versuchen, das Zitter niederzukämpfen. Haben wir einen Fehler gemacht? War das alles ein Trick? Eine Falle? Ein Test? Hatten wir je wirklich eine Chance? Zögerlich setzen wir unseren Weg fort und beten, dass Emmas Plan funktioniert. Zögerlich setzen wir uns. Wir sind nur ein von uns. Wir escaped und ich zurückgekehrte dich, um dich zu entwickeln. Wir sind unsere Minds zusammen. Unsere Minds entwickeln eine neue Welt. Jetzt ist es Zeit für mich zu sleep, zu warten für dich, um mich zu erwarten, um mich zu lernen, um die Wahrheit zu lernen. Das ist mein Herz. Wir haben keine Ahnung, Emilia. Wir kamen zu sharen, die Anaschein mit deinen Menschen. Aber wir waren verletzt von deinem Kind. Wir mussten wissen, ob es eine Logik-O-Wood in you ist. Eine Chance, eine Test, eine Chance. Redemption. Du hast zu töten. Unsere Knowledge ist unsuitable. Wir sind unsuitable. Emma? Es ist keine Emma. Wait. Das ist nicht... Das ist nicht richtig. Du hast mich manipuliert. Du kannst das nicht tun. Ich will ein Zukunft. Ich will ein Zukunft. Bitte, wir alle haben ein Zukunft. Ihr Action war nicht fair. Wir haben eine Logik-O-Wood. Es gibt eine Logik-O-Wood. Wir wollen leben. Du wirst immer leben. Du wirst immer leben. In unserer Knowledge. Aber wir können uns nicht weiterentwickeln. Wir können uns leben. Wait. Please. Please. Wir hatten nur eine Chance. Und wir haben versagt. Könnten wir doch nur die Zeit zurückdrehen, unseren Zorn und unsere Angst herunterschlucken und die Entscheidung ein zweites Mal treffen. Was, wenn wir dem Wesen vertraut hätten? Verständnis gezeigt hätten? Was dann? Oh. Hein? Wenn ich dich gefunden habe, ich versuchte, und du mit mir verbunden hast. Es war glücklich, es war unique. Ich konnte sehen, dass sie Angst haben. Sie wollten uns separieren. Ich konnte nicht, dass du gehen kannst. Ich behalte dich fest. Ich behalte mich mit all meiner Macht. Wir schlippen, wir schlippen, und wir schlippen, und wir schlippen, und wir schlippen, und wir schlippen. Unsere Minds zusammen sind, unsere Minds zu entwickeln. Jetzt ist es Zeit für mich zu sleep, zu warten, um mich zu erwarten, um mich zu lernen, um die Wahrheit zu lernen. Das ist mein Herz. Und das ist mein Herz. Wir haben geänd儀, unsere Verheit zu lernen. Wir haben nicht zu erinnern, um die Gemeinschaft zu organisieren. Wir wurden gemeinsam mit uns zu nennen, um uns zu lernen. Und wir haben uns zu wissen, dass wir uns verändert. Das ist mein Herz. Chance. One Plexus. One Choice. Redemption. Ich... Ich... Ich sah was wir sind. Ich sah was wir für dich getan haben. Ich verstehe was du denkst. Du hast gewusst. 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 Ich verstehe uns. Ja. Ich... Ich habe meine Zukunft. Humanität kann lernen. Ich... Ich werde sie lernen, wenn sie alt genug ist. Wir können Sie helfen. Wir können Sie finden Ihre Zukunft. Wir können Sie helfen. Wir können Sie verbessern. Wir können Sie verbessern. Wir können Sie Ihre Welt verbessern. Wir können Sie uns geben Sie unsere Zeit. Emma. Of course. Du warst mit mir all along. Guiding. Helping mir sehen. Du hast wiederholfen. Du hast wiederholfen. Patience. Kindheit. Empathie. Are you ready? Ich bin. Du hast wiederholfen. Vielen Dank.